Hast du schon ein Intro gemacht oder ist das denn... Das ist jetzt mein Intro. Ich hab auch jetzt Gruppenfilz. Ich wurde einfach gestern gepflegt. Wie denn? Mit Fahrrad. Hier auf Fahrradstreifen wahrscheinlich noch. Soll da gleich mein Motor reinpassen? Hä? Soll da gleich mein Bike reinpassen? Ja. Alter wie fett. Fett Direktdetail. Er kommt mit ganzen Kamerashooting. Er denkt das ist ein Fotograf von denen. Er hat so gelacht. Das fokussiert leider nicht. Krass. Geil aus. Ihr wisst nicht wo ich gerade mit diesem Transporter da hinten. Mal richtig schön rein. Mit dem schönen Transporter hingefahren bin. Ich hab eine halbe Weltreise gemacht. Könnt euch nicht vorstellen was mir gerade zugelegt hat. Auf natürlich spontaner Basis. Eigentlich kann ich es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich werde es zeigen. Da wird gleich so ein richtig geiler Bikeporn eingeblendet. Und dann ist so gesagt das Bike revealed. Was machen wir jetzt? Wir gehen Megas essen, damit wir schön dick wären. Meine Fitnesskarriere, die habe ich eh aufgegeben mittlerweile. Wir machen hier mal einen Cut. Willst du mir erklären, was du hier eigentlich geholt hast? Vielleicht check dich mal, warum wir hier zwei Nuggets haben. Hast du keine Nuggets dabei, safe? Nein, ich habe aber keine dabei. Ah, da ist der Burger drin. Nein, wir brauchen zwei Nuggets. Und was ist das hier, Junge? Welcher, welcher Free-Kotchen Salat in McDonalds? Ich habe schlechtes Gewissen bekommen, als ich vorhin gesagt habe, dass ich Jim Carriere fliegen lassen habe. Und deswegen habe ich mir einen Salat gewollt mit natürlichen Burger und Nuggets. Ja, ich habe eine Story gepostet. Auf jeden Fall. Guess what? Walgar Chessboard. Schauen wir mal, was die Leute darauf geantwortet haben. Ganz lustige. 125er. Ducati R1, R1, R1M, R1 Cycle, S1000R. Ich checke nicht, warum die Leute sagen S1000R, weil warum sollte ich jetzt das gleiche Motorrad nochmal kaufen? Außer halt vielleicht die neuere. Noch zwei. Beverly 500. Warte, wir googeln mal, was Beverly 500 ist. Lioge, was ist denn der Scheiße? Ich dachte, er kommt jetzt bei mir was Geiles. Gehen wir jetzt vielleicht zum Beikon über. Ich will zu groß sein. Und du bist nicht. Ich will zu groß sein. Liebe, wir wollen... Bis zum nächsten Mal.